Friedrich Hölderlin Urteil und Sein Urteil ist im höchsten und strengsten Sinne die ursprüngliche Trennung des in der intellektualen Anschauung innigst vereinigten Objekts und Subjekts, diejenige Trennung, wodurch erst Objekt und Subjekt möglich wird, die Urteilung. Im Begriffe der Teilung liegt schon der Begriff der gegenseitigen Beziehung des Objekts und Subjekts aufeinander und die notwendige Voraussetzung eines Ganzen, wovon Objekt und Subjekt die Teile sind. Ich bin Ich ist das passendste Beispiel zu diesem Begriff der Urteilung, als theoretischer Urteilung. Denn in der praktischen Urteilung setzt es sich dem Nicht-Ich, nicht sich selbst entgegen. Wirklichkeit und Möglichkeit ist unterschieden wie mittelbares und unmittelbares Bewusstsein. Der Begriff der Notwendigkeit. Der Begriff der Möglichkeit gilt von den Gegenständen des Verstandes, der der Wirklichkeit, von den Gegenständen der Wahrnehmung und Anschauung. Sein drückt die Verbindung des Subjekts und Objekts aus. Wo Subjekt und Objekt schlechthin nicht nur zum Teil vereiniget ist, mithin so vereiniget, dass gar keine Teilung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen. Denn da und sonst nirgends kann von einem Sein schlechthin die Rede sein, wie es bei der intellektualen Anschauung der Fall ist. Aber dieses Sein muss nicht mit der Identität verwechselt werden. Wenn ich sage, ich bin ich, so ist das Subjekt ich und das Objekt ich nicht so vereiniget, dass gar keine Trennung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen. Im Gegenteil, das Ich ist nur durch diese Trennung des Ichs vom Ich möglich. Wie kann ich sagen, ich ohne Selbstbewusstsein? Wie ist aber Selbstbewusstsein möglich? Dadurch, dass ich mich mir selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im Entgegengesetzten als dasselbe erkenne. Aber inwieferne als dasselbe? Ich kann, ich muss so fragen, denn in einer anderen Rücksicht ist es sich entgegengesetzt. Also ist die Identität keine Vereinigung des Objekts und Subjekts, die schlechthin stattfände. Also ist die Identität nicht gleich dem absoluten Sein.